Hä? Hast du's gefunden? Ich glaub das hatte ich gefunden gehabt beim letzten Mal, ja? At-la... Ja, da haben wir's. At-la-rus-Block. Die Welt legt nicht mal richtig hier bei mir. Okay. Scheisspinne! Oh mein Gott. At-la-rus. Ich brauch davon ein paar mehr. So. Zack. Zack. Okay, das ist fertig. Dance-at-la-rus-Block. Ja, die einen suche ich hier gerade zusammen, die ganzen Ärzte. Ja. Das ist das, was du ja jetzt machen kannst dann mit dem Zeug da. Ja. Das ist das, was du ja meintest. Ascheblöcke. Ja, die müssen wir in die ganze Welt durchgehen. Ja, komplett auspflücken. Ja. Ja. Mit dem noch Kobbel gucken, was kann man da wieder zusammen craften hier. Mach ne, er ist schwul, ist das so. Ja. Dachte ich die ganze eigentlich noch nicht haben, weil ich finde ja auch nicht. Das ist das, was wir finden werden. Oh mein Gott. Ähm, ich tue hier mal vier Herzen rein, ne? Zwei Herzen, meine ich. Vier nehme ich auch gerne. Ne. Warum nicht? Jetzt habe ich zehn Stück. das schwert ist ganz okay ist schon stark aber das ist nervig mit noch weg noch irgendwelche öffentlich anheizen kann hier ist der kohle drinnen dass du glas die quitschen uns auch noch viel zu viele dinge ach warte mal die moon pearl ach geht ja so gar nicht jetzt kann alles durchsucht werden dass sie einen papier fast vier stunden so die haben wir auch fertig mit den eiern federn und so okay spawns slimes und spawns quips golden back of holding einfach deep und infusion ja was fehlt, ein Goldblock so, eigentlich können wir die anderen auch mal zurück schürzeln die Dinger die Quests haben ja auch fertig die Kuchen Quest das kann ja nicht schwer sein kann man aber so nicht herstellen klar, Cash, Tin Blöcke und ein Holzblöcke in der Mitte machst du oder was? ne, mach du grad, ich mach grad die eine Kost fertig welche machst du fertig? Duck Steel so Pumpkin ähm Pumpkin glaube ich ja, haben wir ein Stück gewandelt, ne? keine Ahnung in der Meinung, ja mana infused Dinger, die kommen mir bekannt vom mana infused Dinger, das weißt du noch? mana kaka ok, das ist auch fertig es fehlt uns jetzt nur noch die Lapis Thales Collection für uns nur noch die Orange, die Live Grey und die Grey Film dann haben wir das Ding fertig also Lost in Space ist das schon mal gut das ist schon mal gut Basic Morchidee Kuchen Ventures Wort hm 3,5 Herzen wie viel macht meins? meins macht nur 3 Herzen das finde ich auch ein bisschen komisch plus Bonusschaden bei Under bis 7 keine Ahnung kann ich mal hm ich packe einfach mal dieses Schwert und sowas was ich finde jetzt mittlerweile hier in die eine Kiste rein so Lost in Time nächste Quest fertig was haben wir denn veraltelt bekommen? daraus kannst du dir glaube ich ein Schwert machen und dein Excavator gleich ähm was haben wir denn hier Hasen make kombiniert mit Minervue Dust Material and Rubik ok und dann da haben wir dann wieder neue Kuchen aufgestellt Kuchen 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 wie viel brauchen wir davon? 10 Stück ah lass ich das mal durchbrennen der fertig ist keine Kuchen 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 ich hab noch ein Knockback drauf Boah ey hör auf mit deinem Knockback Knockback? ja 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 jetzt spawnt ja auch wieder alles wie scheiße waa na komm put put ach da haben wir ja was da haben wir ja was da haben wir ja was oh bum hört auf mich zu porten ihr Mistficher bum 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 alter was ist denn jetzt los die port mich grad wie die scheiße wie scheiße porten die dich mhm alter ist ja gut ey wo bist du denn jetzt drinne? meiner ist die Leif ich bin nach unten gegangen war unten offen? du kommst nach ganz unten nahe eine Aschebolle habe ich gefunden ja das war klar dass die da irgendwo ist ja irgendwo muss auch super gunpowder sein ja irgendwo muss auch super gunpowder sein der ist something evil in the middle of the mind ja und wenn du wenn der Asche ding hast dann haben wir rotana 4 und rundana 4 wenn wir bestimmt neue questen kommen ja wird auch so ich hab auch die nächste quest fertig ja nächste quest ja und sind doch so neue questen geklappt end of the end of the law wow mein god mutit alter ist klar hm smoky rule der is something of the bottom of the rutana is other space time rule und da gibts nether netherf netherfaire 4 ja genau bom 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 ach hier der block ist schon freigelegt ne ja freigelegt bestimmt von anfang an ok ich komm hier grad nur nicht weg weil man immer hin und her geportet wird das ist doch was nettes bei mir wackelt auch nur der bildschirm hm äh ja gut ich find den weg nicht mehr hoch long blade sword ach so das klappt das stimmt gut tschüss hehehe boah da grad wieder explodieren von mir aus darfst du die ebene wechseln ne ich muss grad was herstellen ich will grad noch was gucken soll ich dann die rutana rotunda 4 reinschmeißen ja mach ruhig meine fresse aber jetzt geht das abgehäute bei uns ne ja jetzt komm wieder cleaver long blades boah da brauch ich tough woven blades hab ich nicht noch für teils und zwerglood und was haben was ist das denn ja 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 gleich wieder alles voller creeper apropos ich wollte ja meine rüstung reparieren da war ja was wie viel cutlass dreieinhalb schaden alter ok ich hab ein neues schwert ja schon wieder ja so ein säbel mir grad zusammengecraftet ok ja mit den items wie du willkommen hast hast du rutana gewechselt ja hab ich ja ich muss mir erstmal berry bar chest wieder nehmen und mir ganz viel ep holen warum eh um meine rüstung zusammenzuverkaufen so war ja schon ganz zeit so weil die berry bar chest die kriegen wir so gut voran ja so kann man das auch wieder suchen das projekt ne ja wenn man es bisschen durchzieht naja ja scheiße wir brauchen torches ja wie lange sind wir jetzt dabei fast ein jahr neee never doch 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 nein nicht beim material energy 4 ja aber nicht ganz aber auf jeden fall über ein halbes jahr ja ein halbes jahr vielleicht ein bisschen mehr als ein halbes jahr haben wir auf jeden fall schon in dem projekt wir haben keine dinger mehr ach du scheiße was keine kein holz mehr okay wir haben nicht so viel holz ich gerade hier ein paar fackel machen wollte wir haben doch unten bei mir stehen oder nicht ja aber macht ihr einer ach was hast du jetzt meiners rausgenommen was habe ich rausgenommen das meiner wir müssen noch mal rein da ist irgendwas in der mitte der ist something in evil auf dem mittel hast du super gunpowder da war kein super gunpowder muss aber da sein der ist something in the middle of the mine ja dann wechsel nochmal da müssen wir nochmal hin also ich hab da nichts gesehen wahrscheinlich aber auch noch weil ich die mal hin und her geportet worden die ganze Zeit meiners die bleibt 4 ich tue mal rutana jetzt in die kiste rein wenn wir gleich in die suchen ja ja wir können auch über das feld runter gehen ja da muss es auf jeden fall sein ah die kiste und die hingestellt ja das erste was mich erwischt war ne exklusiv das ist halt das problem mit diesem scheiß creepern hier ich sag ja du wirst nur hin und her geportet okay die kiste hast du schon ja die kiste hab ich schon hab ich doch gesagt mir liegt die halbe welt nicht das ist das problem apropos warte mal das habe ich nämlich nicht geguckt weil ich ja immer hin und her geportet wird hier die ganze zeit boah ihr dreckswieger nervt nicht geht mir auf die eier ja du scheiß skelett ach fick dich doch was nervt die denn so boah mir wird so schlecht dabei ne ja mir auch grad so ein bisschen ehrlich skelett fick dich hm also hier in der Mitte ist schon mal nix ja portet mich doch mal durch die Gegend ey die Viecher die nerven ganz schön ne aber die frage ist wo soll das denn hier sein der ist something evil in the middle ja freu dich sagst du mir was du weißt mir gehen grad die küpe auf die eier weil die spawnen ja wie scheiße hier unten mhm ja das heißt irgendwo sind das das heißt das ist das super gunpowder das heißt wenn wir die spawner von ihnen haben finden wir den Rest auch ich glaube ich hab's gefunden hier ist noch ne plattform da oben ja ja aber wenn du grad springen willst und dann weggeportet wirst und woanders landest ach du meinst dieses komische ding in der Mitte da dieses leuchtende siehst das ne ja ja ich komm hier nicht weg was bauen die scheiß Mistviecher denn da oben weißt du rum das ding alter hinten irgendwo boom boom wie stück scheiße sag ich doch hallo ja ja ich komm hier nicht mehr weg ist das euer ernst ne euer detlef ja 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 weißt du